Voll langsam, die Alde! Na komm Du darfst doch nicht zu schnell laufen, sonst bleibt die stehen, ne? Ja, ich weiß Nimm die Alde Beste sie? Ja Deine seh ich gar nicht Ich seh deine auch nicht Das ist dick Entweder bleibt sie stehen, weil du zu nah bist oder sie hört auf zu laufen, weil du zu weit entfernt bist, ne? Schrecklich, die Alde Ach, da ist ein Vogel Omski kommt Omski kommt Muss man sie unten oder oben abgeben? Ich glaub das ist mal unten Die Schrauben nur Oh Gott, jetzt Die wird gar nicht die Richtung gehen Guck mal, die will nicht dahin Dahin böse Blöde Ach, die Geht gar nicht in die her Guck mal, die will nicht dahin Alter Leute Leute, sehr spannend, ne? Das ist die spannendste Quest, die ich hatte Ist schon da? Mhm Ach, da will sich hin Da 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 Ja, ich dachte, sie war unten, weil ich wusste, dass da irgendwas mit Wasser ist Ich dachte, da oben wird da kein Wasser, da wurde halt durchgeupt in diesem Holz Hier ist auch Wasser Ja, meine ich ja Da bin ich bescheuert, ne? Das ist aus Holz hier Bist du blöd? Mach die Pirouette hier Oude, komm! Oh, guck mal, jetzt kann sie plötzlich schneller laufen Man wird aber stehen, die blöde Komisch, ne? Komisch, ne? Das ist mal krank Das ist wichtig für euch Alter, wie die heulen, ne? Tauchen, ich sag ja Ich würde lieber nix sagen hier, ne? Da ist ne Postkarte Oh! Ein Filmchen Ich weiß nicht, wo sie sich sehen kann Postkarte von Hochberg Mhm Cool Okay Okay Ja Gut Was jetzt? Ähm Jetzt kommen wir auf die andere Seite Geheimnisse des Hochbergs Müssen wir auf die andere Brückenseite lang Mhm Eigentlich nur den Weg folgen Hier? Ja Hier? Joho Hier? Nee Echt nischt Wir müssen jetzt dort draußen nach dem Hammer suchen Wir müssen jetzt dort draußen nach dem Hammer suchen Ehm Traditionen können wach Hier ist nix Volk dem Wieso der ist doch hier? Ich stehe doch vor ihm Achta Diese Tradition ist wichtig für euer Volk Und für euch Wissen muss man ihm folgen Äh? Äh? Du musst schnell sein Du musst aufmountain Und er weitet Aber der eine läuft doch hinterher Oh jetzt reitet er Auch einen Elch Ja das ist voll nervig weil die diese ganzen 110er Etting sind so ne? Ja weil in den ganzen Gebieten sind ja äh wenn du 110 bist diese Weltquests Und du musst ja Die sind ja paar Tage gültig und du musst ja so mehrere schaffen um irgendwelche Belohnungen zu erhalten Heeey Danke schön Was ist da vorne? Ist ein Porno? Vorne Achso Der bleibt da stehen Ja der steht hier Ne meiner bleibt stehen Finde ich ihm auch zu schnell oder was? Oh Scheiße Was geht? Oh so viele Fledermäuse Springt in den Hort Hab ich doch gemacht Jungen Die Fledermäuse von oben greifen mich an Oh Reinspringen? Also ich bin gesegelt Hab aber ein paar Fledermäuse mitgenommen so ne? War es gar nicht so wenig hier so Ich habe kein Ziel Kann ich nicht angreifen Okay ich hab auch Fledermäuse Wie der wartet hier? Was wartet der denn? Wie ist das Schleppel hier looten oder so? Bist du aufgestiegen? Mhm Ja ich auch Ja GZ ne? GZ? Erlebt drei Visionen Ja Ey pass auf Dann können wir ja Mhm Noch Was machen Mhm Cool ist Ach Hast du doch schon Ach so Oh Gott Äh Ach ja die Visionen Genau da sind hier irgendwo so ne Was ist denn das? Dahin Ja Altar oder so Ohne Becken Ohne Becken Mein Volk hat diesen Goblin Schrott nicht hergestellt Wir haben ihn nur am Körper des Wirms befestigt Keine Waffe von sterblicher Hand durchdringt diese Platten Dann müssen die Affen finden die nicht von sterblicher Hand sind Ja Gibt es etwas das Todesschwinge sorgsam behütete? Etwas das ihr euch nicht anvertrauen würde? Das ist ein Tor den Titanen Wo es wohl hinführen mag? Ein Hammer! Todesschwinge verschlingt jeden der ihm zu nahe kommt Huh Wieso bist du weg? Und jetzt bist du wieder da? Ich bin Todesschwinge, muss man die Kehlner oder... Ich bin Todesschwinge Ohne Ohne Oh 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 Ohne 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 Was macht der für Quatsch hier? Ich glaube die, die Denjen, Denjen, schaffen wir nicht mehr. Ich meine wegen der Uhrzeit. Naja, alles gut. Mach auf. Mach die Tür auf. Das erste hier überhaupt, eine selten Fall, dass die Leute raus wollen und statt rein. Die Leute. Die Leute? Die Leute wollen uns suchen. Sehr gefährlich. Wie immer. Ne, wir gehen auch manchmal Minen. Die Leute. Die Leute. Die Leute. Die Leute. Die Leute. Die Leute, 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 die schicken wir das noch weiß ich nicht diese verkackte jäger hier oh shit hier halt aber einer gut ja ich fau ab hier bin betäubt oh ich hab wieder Leben dazubekommen ich fahr flieg jetzt runter der kleine Ficker ne was für ein fuckversager ich sag ja ey weißt du Heals gehören einfach nicht in PvP rein der war ja verreckt der bin aber ich steh aber gleich da lohnt sich nicht ja ich hab ihn eingenommen ja aber die haben sie wollen sich das steht da noch am Friedhof und das ist so ich da noch hinkommen jetzt oder was ich weiß nicht wie viele von uns dann noch das sind ich habe genug 10 Sekunden und wir haben sich das gewollt nur wir hatten ihn ja kurz naja ich bin hier gerade an der Schmiede viel gebraucht hat es nicht und hat es nichts mein Gott wie ich Priester hasse ich bin hier ich bin hier und ja eben aber eben war halt eben und jetzt werde ich erstmal von mich hin verrecken also irgendwie komme ich mit dem so im PvP nicht klar sag ich dir ganz ehrlich ich auch nicht also dafür dass alle angeglichen sein sollen weiß ich nicht wie funktioniert das irgendwie nicht so aber ich glaube nicht dass man angeglichen ist an die die jetzt äh schon PvP Rüstung haben also dass man gleich denen ist oder ich weiß nicht wenn man die Rüstung bekommt ich denke nicht dass man die Pro 110 bekommt ja hier ist ja hier ist einer gewesen also tot du? hm ich bin nur noch tot jetzt hängt die alle in der Schmiede rum mit mann wieder in welchem Friedhof bist du? stell ich sehe dich wohin? das ist mal ganz auch nicht Gott haben wir jetzt unten auch verloren mein Gott hier sagt ja auch keiner irgendwas an jetzt gehen die schon wieder ich glaube die gehen schon wieder alle äh Schmiede ja da lassen wir nochmal Schmiede zu sterben zu sterben zu sterben zu sterben zu sterben ja zu sterben zu sterben cool scheißjäger hier das ist das betreibt jenen verwandelt ich hab nicht um das irgendwie zu kicken schon wieder geteilt der sechs meister muss weg hier ah man stirb doch exhalen der boge gekippt diese hier scheiße nicht so ab das hat mich schon immer gestört dieses hier solz hört einfach nicht im pvp sühne dies und jedes und legt mich doch am arsch entwicklungsunfähig schweb in der luft was das denn die haben mich in der luft hier festgemacht siehst du das? das lädt immer noch auf die verreckt mich ne? diese bitch ey das ist sehr weit entfernt jetzt ist sie tot noch lange genug dauert hier zu jetzt DIVA DEMONIA ja was für ein Name also mhm die ist auch weg äh was hat er Stelle? mhm Stelle? mhm da war wohl was aber scheint ja auch noch zu sein ich würde sagen wir deffen das ja einfach oder? ja ich meine wenn jetzt ein paar der Meinungen sind sie müssen nicht da rumklocken dann bitte aber da kommen wir da ruhig eine ne zwei drei ja dieser Christa ist wieder mit bei die soll hochkommen ja man soll ja an der Flage kämpfen mhm ja ja nein Das ist orientiert. Grüß sie. Scheiße. Betäubt. Echt jetzt? Soll ich nochmal SM schreiben oder so? Hört von einer. Ja, ich hab's einmal geschrieben. Achso. Ja. Oh, ich sterb mir gleich. Hello, that's. Oh, hu. Pff. Okay. Haha. Gott, wieso bist du so groß? Guck mal, wie groß du bist. Ach, AT hat jemand gezündet. Aha. Und dazu kommt noch, dass ich männlich bin. Ich glaub, die sind immer ein bisschen größer. Mhm. Guck mal, die geht stelle jetzt, glaub ich. Mhm. Mhm. Oh, guck mal, wie viel das sind. Fuck. Hey, uns fehlen die, äh, irgendwie Basen. Ja, was machen wir denn jetzt? Hallo? Ah. Ja, wir sind ja nur zu zweit, wenn wir uns noch hier weggehen. Ja, da hinten ist gerade einfach weg. Also willst du weiter deffen hier, ja? Ja. Ich mein, das ist blöd, irgendwie haben die sich schlecht aufgeteilt, ne? Und eigentlich sollten wir woanders sein, aber, ey, was willst du machen jetzt, ne? Mhm. Ist das schon prekär? Alter, die rollen nach, echt, ja? Krasse Scheiße, ey. Guck mal, da kloppen sich welche einfach im Nirgendwo, ne? Mitten in der Pampa da. Mir ist das eigentlich zu blöd jetzt hier, ich will schon irgendwie hoch. Na dann geh doch. Aber ich hab grad gesehen, da sind welche von, äh, Sägewerk runter. Okay, da sind unten unsere Räsen, da, von uns eine. Oh, guck mal hier, hinter uns. Einer oder mehrere? Ne, also mehrere. Den müssen wir uns jetzt holen hier. Okay, ich hab gestunt. Wo ist er? Er hat sich als Tor benutzt. Ich bin unser Reichweite. Den hol ich mir hier, komm. PZ. Dankeschön. Das ist ja auch irgendwie scheiße, oder? Mhm. Ich will ja, ja, ich will ja was machen. Nur ich denk immer, wenn ich hier weggehe, so wie eben jetzt. Wenn wir weggegangen wären, hätten die das doch getappt, ganz locker hier, ne? Naja, klar. Die warten ja nur drauf. Du kannst einfach nur rumstehen hier wie ne Gurke. Ist das wieder einer? Ja. Naja. Oh das, eygier. Git's jetzt. Ok schön. Taggış, aber keine Ahnung. Das sieht schon cool aus, wenn du ja so früh anst. verwandelt ist, sondern du fliebst so, ne? Willi Dahn! Schwer verdientes BG, noch haben wir nichts verdient hier. Wir verlieren das. War klar, einer muss ja meckern hier. Der meckert jetzt nicht! Was kommt das jetzt? Komm, da unten, da unten prügelt sich einer. Oh, okay, das war nicht so clever. Shit. Ich hab 5 Kills gemacht, wusste ich gar nicht. Was ist denn Fug? Was ist denn Fug? Echt mal, oder? Hm. Oh, 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 oh. Was? Ich werd hier angegriffen. Ja, hier dann auch gleich, schätze ich mal, wenn ich rauskomme. Ne. Ist geklärt. Ist geklärt, ja. Was gab da mit Kisten, was da drin? Oh, nee, wo ist die Kiste, hier? Schrott, Mann. 10 Gold. Ah! 625, geil. Geile Sache, oder? Das ist nicht... ...der End von denen. Ich denke schon. Okay. Ja. Ja. Es wird Zeit. Ja. Alles klar. Nachdemien. ... ... Vielen Dank.